Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Minecraft Barbel, äh Karma, dem Barbelprojekt. So, wir haben es fast geschafft. Ich denke mal im heutigen Part dürften wir hier den Rest locker hinkriegen. Und ja, dann geht es ans Bauen. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Oh mein Gott, ey. Ah, hier haben wir Kupfer. Vielleicht können wir das noch gebrauchen. Oh wei, unser Inventar ist auch schon wieder fast voll. Meine Güte. Was ist das eine Menge Erde? Ich mache die Äntale. Oh, ich muss mal auf die Spitzhacke zurückgreifen. Entspurt! Jawohl! So, das ist Part Nummer 5, den ich jetzt in Folge aufnehme. Ich habe geplant, 7 Parts aufzunehmen. Dass wir dann bis Sonntag, bis nächsten Sonntag, sodass ich dann wieder aufnehme. Eventuell werde ich auch zwischendurch wieder aufnehmen, ich weiß es noch nicht. Kann ich so jetzt nicht direkt sagen. Nur damit ihr ungefähr wisst, wo wir jetzt stehen an diesem Part. Für mich ist immer noch Montag. Für euch ist jetzt schon Freitag. Ja, Freitag müsste dann mit dem heutigen Part für euch sein. Oha. Und ich kann es nichtmals aufsammeln, den Limestone, den ich da gerade rausgerobbt habe. Äh, achso. Ach komm schon, Server. Geht doch. So, drei Stück nehmen wir wieder mit. So, hier packen wir den Käse rein, erstmal. Wobei ich hätte lieber Marble als Limestone, aber naja, man kann halt nicht alles haben, ne? Aha. So, machen wir mal gerade so, dass wir da unten hinkommen. Oh, den Graphite nehme ich auch mit. Ah ne, Diuride ist das. Haben wir jetzt. Aha. Natürlich auch hier wieder alles schön auszumachen. Ich hätte mehr Erde mitbringen sollen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal zu wenig Erde in letzter Zeit im Inventar habe. Okay, da war nicht viel. Okay. Okay. Und ich halte. Und ich halte immer noch nichts zu trinken. Meine Güte. Okay. Okay. So. Hä? 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 auch mal gerade nicht. Und komm mal her, den Quicksand nehmen wir hier nämlich mal mit. Was wir hier so finden. Und dann gehen wir ein bisschen tiefer in die Wüste würde ich sagen und holen uns da mal Sand. Normalen Sand, nicht nur Quicksand. Okay. Ob sich da drunter eine Kiste versteckt oder sowas? Ne. Aber Glowstone. Nur vier? Da hinten. Guckt mal, was da hinten ist. Sehe ich gerade. Oh, cool. Oh, hier haben wir auch noch Zeug. Den Quicksand. Kommt schon her. Kohle. Und Server lag. Ach komm schon. Wieso fängst du jetzt auf einmal so hart an zu laggen hier? Boah. Guckt euch das da hinten mal an. Da ist eine ganz große Pyramide. Wer ist denn Mike? Aua. Wollen wir die mal plündern gehen? Hier ist ja gar keine Platte. Guckt me, Ingrid. Okay. Was wir hier so jetzt mitnehmen können. Nehmen wir mit. Bronzespitzhacke. Adventurous Diary. Ein Artefakt. Eine Hose. Safari-Net. Aber es kann hier bleiben. An dem TNT habe ich auch keinen Bedarf. Boah. Das sieht mir aus wie ein von einem anderen Mod generiertes Dungeon. Was hier halb in der Luft schwebt. Ach, das ist Mike. Ah. Hallo Mike. Das Zeug ziehen wir mal an. Auch keine Ahnung. Oh, Jump-Boost. Ja, da sind Dungeons. Okay. Au. Ja, jetzt auf einmal springst du. Ui. Ah, Server. Ja, ne. Ist klar. Was gibt das hier? Gibt mich Spawner. Okay, das Dungeon können wir uns später irgendwann mal reinziehen. Aber jetzt erstmal so unterhalb des Dungeons könnte man, glaube ich, ein bisschen Sand abgreifen, ohne dass das auffällt. Oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich brauche es trotzdem Sand. Oh, meine Güte. Katastrophe hier. So, ich mache mal gerade ein bisschen Platz im Inventar. Jawohl, okay. Oh, mein Gott. Dieses Gelegge geht einem ja schon ein bisschen um Keks hier. Oh, da hinten ist ein Dorf. Oh, cool. Aha. Na, also. Okay. Jump, jump, jump. Hallo, Chaos. Chunk. Tradest du irgendwas? Nö, nö. Ah, ja. Aua. Gut, dann ab zurück zu unserer, noch zu Hause. Oh, da ist Treibsand. Nehmen wir hier noch das Zuckerrohr mal mit. Das können wir anpflanzen. Oh, nee. Wir haben gar nicht den Platz dafür. So. Jetzt aber, oder? Komm. Ja. Spiel, du bist grausam. Oder Internetleitung, du bist grausam. Egal. Okay. Abon. Du bist grausam. Oh. Agua. Dieu. Ja. na ja schade hat nicht gereicht so wir haben eine menge sand na ja eine menge ist übertrieben aber zumindest ein bisschen schon mal haben doch hier noch die rüstung so zack zack gerade hier ein bisschen wieder ordnung schaffen dann ist er würde ich den part auch für heute beenden und dann bevor ich weiter aufnehmen erstmal zu sehen dass ich aufhöre hochzuladen so dass das legen auch eventuell aufhört weil das geht mir dezent auf den kranz muss ich ja schon zugeben die hat water breathing die hat 2,5 herzen mehr die auch okay cool und die hat jump boost also ihr lieben ja dann hoffe ich dass der part euch gefallen hat und ich würde gerne schlafen also entweder ist der server im lenken oder es liegt an den rüstungen jetzt geht's okay ja back ruhig weiter rum ja ihr lieben auf jeden fall hoffe ich dass der part euch gefallen hat und dass ihr auch im nächsten part von minecraft karma wieder dabei seid und bis dahin macht's gut ciao